Seid gegrüßt. Wie versprochen, hier nur ein ganz kurzer, kleiner Trainingstipp, wieder als Partnerübung. Und zwar braucht ihr dafür einen Trainingspartner und einen Dummy. Ist ganz einfach, ganz simpel. Ich sage das gleich im Anschluss, wie das dann mit einem Partner aussehen würde. Hier nochmal ganz kurz die Erklärung. Der Job, von dem der schlägt, ist einfach nur den Kontakt zu dem Dummy zu halten. Einfach schlagen, versuchen den Kontakt zu halten. Euer Partner umgreift euch dann ein bisschen unten, so als ob ihr auf dem Motorrad sitzt und der Hintermann sich an euch festhält. Und der zieht euch dann weg. Euer Job ist dann nur, ihr müsst versuchen den Kontakt zu dem Dummy zu halten. Könnt ihr am Boxsack trainieren, könnt ihr am Dummy trainieren. Könnt ihr sogar machen, dass ihr, wenn ihr zu dritt seid, der andere hält euch die Fokusplätze hin und der andere zieht euch weg. Ihr müsst über den Kontakt halten. Und wenn der Zug zu stark wird, gibt der einfach immer leicht den Ellbogen zum Partner. Der Partner, der sich einfach einen Helm aufziehen, ihr macht aus, 5% Schlagkraft oder so. Jetzt geht euch ja nicht darum, es hier ausknockt, aber im Prinzip ist der Job oder die Idee nur, zack, zack, boom, okay? Zack, 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 boom. Und ich versuche immer den Ellbogen vom Partner zu lösen, als ob ihr irgendwie im Stress hat, einer von hinten euch packen will. Und dann die Reaktion direkt der Ellbogen raus, okay? Versucht, ist super geil. Wie gesagt, noch ganz kurz, ihr könnt es auch zu dritt trainieren, wenn ihr keinen Dummy oder keinen Boxsack habt. Das heißt, ihr braucht halt noch einen Partner, einer hält Fokusplätze, Schlagpolster. Und ihr klopft rein und der andere zieht euch weg. Und immer, wenn ihr euch zu weit wegzieht, wenn ihr droht, den Kontakt zur Platze, Boxsack, Boxplätze zu verlieren, den Ellbogen nach hinten ausschlagen. Und ihm praktisch einen Impuls geben, okay, ihr lässt kurz los und dann geht das Spielchen immer weiter. Das kann man einfach, ich empfehle euch, wacht es mal eine Minute lang, super effektiv, super geil und auch super einschalten. Okay Leute, das war es jetzt erstmal von mir mit diesem ganz kleinen, kurzen Regens Impuls, Vorschlag, whatever. Wäre cool, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet oder wenn ihr kommentieren würdet oder ihr mir helft, dass wir hier ein bisschen wachsen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns, soweit ich fit bin, kommen mehr Videos und ich habe da noch was, einen richtig coolen kleinen Drillverschlag. Da brauchen wir ein bisschen mehr Leute. Weil ich die zusammengetummelt habe, wir die nicht alle vor der Kamera versammeln können, kriegt ihr noch eine coole Training-Signal. Also bis dahin, leck dran, fleißig trainieren. Wir sehen uns.